willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ja wir wollen heute den nachwuchs fördern ihr seht ich bin schon auf der kriegs karte hier wir spielen ja im clan deutschland add auch neben den clanspielen so ein bisschen die cw's also wir machen so ein bisschen clankrieg und ich habe ein ganz ganz neues dorf mit reingenommen nämlich dem alex hallo alex hallo der hat noch ein auf sein iphone account gefunden in chief alex und hatte heute mal leichtes spiel würde ich sagen mit dem kleinen dreierdorf hier wir haben es ein bisschen vorbereitet er hat jetzt schon ewig nicht mehr clash of clans gespielt also erstmal gestartet lehrt ein bisschen sammler aber vielleicht können wir ihn ja noch zu etwas besserem bekehren dass er den account ein bisschen öfter spielt und ich würde sagen wir machen auf jeden fall die 40 und die 39 und um alex legt jetzt einfach mal los und ich zeige euch das ganze dann am ipad er ist am iphone und alex kannst du reingehen wir haben es ja besprochen wie das ganze geht und dann gehe ich auch mal rein ich gehe mal ins kaut und wenn du angreifst dann sehen wir hier oben dass wir gleich live reinkommen also bist du bereit ja alles klappt dann auch rein sehr schick okay da kommt jetzt das watch live sehr sehr krass schon länger nicht mehr aufgenommen hier mit einem meiner söhnis und wir wollen jetzt erst mal checken was aus der klarenburg rauskommt unten an der flamme alex ja genau da kam nur uns raus perfekt alex links unten in der ecke locken einfach links unten in der ecke locken ja ja genau einfach ein bogey setzen dass sie dahin fliegen die die loons kommt du musst ein bisschen schneller sein nein kein loon bogey na ist egal ist egal alex die loons kämpfen eh nicht gegen loons du kannst jetzt schon oben an der oben an der seite mit den loons rauskommen weil das passiert nichts mehr kannst du reingehen genau drei da drei da drei in der mitte genau und siehst du die loons verteidigen jetzt nicht die gegnerischen loons wir hatten gedacht da wäre vielleicht eine valkyre drin oder sowas aber okay ist nicht so schlimm dann machst du clean up außen mit so ein paar bogeys verballerst die truppen eben mal aber du siehst jetzt 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 gehen die ballons hier auf deine bogeys ne ja und aber da geht auch der baby darauf also keine gefahr hier werden easy peasy drei sterne wir nehmen aber noch eine eine rathausstufe gleich höher alex du kannst alles verbraten obwohl warte mal die loons lass mal drin lass mal die bogeys auch drin und wir bauen gleich noch mal nach für ein anderes dorf das wird ein bisschen schwieriger dann nehmen wir uns auch noch mal ein bisschen andere clan buch mit also wir brauchen hier nicht max truppen oder sowas ich sehe es hier im clan wie hier so dass über ganz schön der punk abgeht so nach dem motto boh ich brauche hier aber ein fries max und ich muss meine truppen max haben und sowas alles also schön gemacht hier die ersten drei stellen sind das die ersten drei sterne für uns ich guck mal gerade rein es sind nicht die ersten drei sterne für uns sondern es sind schon mal ein paar sterne aber das nächste dorf spreche jetzt erstmal kurz mit alex durch das wird dieses hier sein das ist ein 7er er ist ja erst ein 6er aber der ist auch nicht so super stark alex baut jetzt mal nach ich gebe ihm mal ein bisschen was vor was er nachbauen kann und dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen cut wieder so freunde es geht weiter wir sind auf der kriegsrate geblieben alex ist soweit alex bist du soweit ja gut dann lass mal den angriff machen vielleicht wird es auch nur ein stern aber ist nicht so schlimm ist rathaus 6 auf rathaus 7 ok wir gucken mal wir gucken rein watch live hier beim alex und wir haben das ganze durchgesprochen ich nehme an er hat jetzt auch keine ganze clanburg der hat wahrscheinlich auch wieder nur zwei bloß da drin ok ok er hat ein baby dran alle gleiche vorgehensweise du setzt auf die kalterne zwei stück von den bogenschützen genau und jetzt setzt da deine clanburg und noch ein zwei bogenschützen dazu nochmal und bogenschützen dazu kommt dass der drache weg geht der drache muss weg und genauso und jetzt mit den riesen und mauerbrecher kannst du auch von der seite ausgehen hier du kannst auch von der seite reingehen einfach die riesen auf die kanone selbst mal die riesen auf die kanone passt schon auf die kanone gut mauerbrecher jetzt hinterher bei den riesen direkt hinter die riesen am besten oder dahin ja geht auch da hast du nicht ganz aufgekriegt hast du noch einen mauerbrecher ah shit das ist doof dann setz mal deine magier auf den elex dings da auf den elex sammler gut und hier außen kannst du ja genau kannst du so nehmen die sind jetzt gleich durch die riesen kannst du deine bogies mit rein nehmen und die ballons dann blitzen wir ja die ballons machen wir gleich wo soll ich denn blitzen naja das dauert noch setzt jetzt erstmal deine ganzen barbaren hinter die hinter die riesen kommt rein da in die base zack 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 dass sie da reingehen genau um weiter 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 hat die bogies noch hinterher und jetzt gibt es mal irgendwas da bogenschützen turm und den minenwerfer deine riesen sind leider gestorben schade das wird jetzt ein bisschen schwierig alex das muss alles ein bisschen schneller gehen weißt du ja zack 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 muss das gehen damit damit die ganzen verteidigungen immer wieder ihre ziele wechseln müssen das wäre jetzt leider nur ein stern als jetzt noch versuchen mit deinen loons ein bisschen chance begrenzung zu machen ich würde sagen du setzt die loons hier auf den bogenschützen erst einen dann die drei dahinter her oder die vier ein ersetzen setz mal ein oder so geht auch ja da sind wir jetzt gegen den fäger okay naja haben wir immerhin die klamour gelockt ist nicht so schlimm jetzt guckt er ganz bedröppelt ist nicht so schlimm das macht dann irgendein siebener der überrollt die base hier mit irgendwas aber ich meine der gegner hat jetzt auch damit gerechnet dass wir natürlich mit mit bodentruppen kommen weil wir hier unten noch nicht so gut bestückt sind aber 30 prozent 50 prozent werden es leider nicht da müssen wir ein bisschen schneller werden müssen mit dem alex üben hier muss ich den nachwuchs so ein bisschen fördern und da würde ich sagen wir spulen den angriff auch ruhig gar nicht vor spulen ist schon vorbei okay danke alex 25 prozent hat aber beide angriffe gemacht und damit sind wir jetzt im unteren bereich erstmal durch die anderen haben wir auch schon so ein bisschen was getan hier mehr oder weniger aber ich komme jetzt erst mal vor die kamera hier und mal sehen was wir dann hier noch live fabrizieren können ich muss mal gucken wir mit dem schiefe dabei mit dem rathaus 10er und dann machen wir mal ganz piano weiter jo freunde ich bin live dabei alex wollte nicht vor die kamera deswegen hatte ich die eben noch ausgelassen und ich bin live hier direkt in einem angriff vom lennox das ist rathaus 7 müsste das sein auf rathaus 8 oder er schon 8 hat die drachen halten und noch nicht auf 3 aber mal gucken so ein bisschen muss ich sagen bin ich nicht zufrieden hier mit 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 der truppe die hier ist weil diese ganzen wir haben hier zwei drei etwas höhere accounts drin ja aber dennoch dann von oder ich sage es mal so die ganze zeit immer nur max truppen max truppen max truppen zu fordern und sich dann zu beschweren dass man keine truppen bekommt die ganze zeit ich meine ich selber habe ja hier auch nur ein 10er und ich komme jetzt auch nicht mit dem 13er rein nur damit jemand max truppen hat hier zum fahren oder was auch immer mck ja wenn was haben haben was aber dann müssen die leute auch warten ich meine wir haben ein 13er hier der kann sicherlich vieles auf max level spenden oder auch ein zwölfer aber wir haben ja auch zwölfer drin die können überhaupt nichts mehr spenden weil sie ich sag mal den gift zauber noch nicht mal auf level 3 haben oder vielleicht auf level 4 nehmen ich glaube auf level 3 ja da kann ich dann natürlich mit dem schief hier ein bisschen was machen aber ich glaube das ist so ein bisschen teilweise ist ein bisschen über übertrieben und überspitzt das ist auch nur meine subjektive meinung weil ich jetzt nicht so hyperaktiv in dem clan bin ich mache meine angriffe ich mache ein bisschen klaren spiele und dann ist das gewesen mehr mache ich jetzt zurzeit nicht sag auch ab und zu mal guten namen guten tag aber das hat er ganz gut gemacht hier ich werde auf jeden fall gleich noch einen live angriff machen ich muss mal überlegen warum macht eigentlich der lennox die 36 war die 37 war die 37 schon weg ja ok 37 war schon weg hatte auch gemacht okay wir haben paar rote dabei deswegen ich hatte zwar erst gesagt auch im chat lass mal die immer auf den gegenüberliegenden oder einige haben das getippelt entschuldig bitte dann passt das erstmal ich habe auch mal so gar nichts zu trinken ja und dann dann passt das erstmal und wir haben paar rote mit die mussten nicht unbedingt angreifen wenn jetzt ein rathaus 9 den ich mitgenommen habe der rot ist kein angriff macht er ist das halt so ist in ordnung aber der könnte ja zum beispiel ich sag mal wenn hier und wenn hier so ein achter über bleibt oder so dann das schafft ja neuner locker mit drachen da braucht da braucht er keine queen für haben oder sowas der fliegt da einmal rüber und gut ist wenn man weiß wie es geht aber ich habe mir hier schon den diese nummer markiert hier die mache ich jetzt gleich mit dem frei und ich bettel jetzt auch nicht um max truppen hier sondern ich nehme mal das was ich haben kann und tue ok die haben 2 13 was haben wir hier oben wir haben hier ein 13 glaube ich ja das ist ja schief ich glaube der sieht auch relativ oder sieht ganz gut aus der sieht ganz gut aus aber der kann jetzt auch nicht 24 stunden online sein nur weil die meute hier immer max 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 will und einigen spende ich hier schon gar nicht mehr weißt du die schreiben dann hier dran wer 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 hier einspenden will sollte genau vorher nachfragen was ist das denn was ist das denn wer hier was rein spenden will also eine anfrage ja da da fragt jemand an so nichts rein tun nichts rein tun so dann schreiben die hier rein wer hier was rein spenden will soll vorher fragen was das denn für eine scheiße leute seid ihr nicht ganz seid ihr irgendwie hier geht ihr jetzt durch oder was ja 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 ok also wehe mir tut hier jetzt jemand was rein das mache ich ja mit meinen accounts ich weiß auch noch nicht ob der wootshofer pink sein soll welche farbe er haben soll oder rosa das müssen müssen wir mal gucken aber ich kann ja gar keinen aufnehmen ich kann ja nur gift aufnehmen ich springe jetzt aber mal auf frei warte mal auf dem frei bin ich nicht eigentlich schon offen frei auf dem frei bin ich schon okay denn der kann ich kenne keine ahne das ist ein anderes märchen da mache ich mal nur ein punkt 3 und dann weiß auch keiner was was ich eigentlich haben will aber ich gebe mir mal ein paar bola vier stück und einen davon und ein max gift hier und mit nichts rein tun da könnte dann auch der der frei einfach mal was spenden also ich ja wie gesagt ich weiß nicht was was einige hier geritten hat ich meine wir sind hier jetzt in der cwl champions league und kämpfen um den einzug ins esl finale ja da muss man auch mal ein bisschen auf teppich bleiben und und die kirche im dorf lassen oder wie heißt das ja ich glaube so heißt es immer die kirche ein bisschen im dorf lassen so das habt ihr jetzt nicht gesehen aber ich wechsle jetzt eben mal den account und da mache ich mit freien angriff ich denke mal das ist so im sinne des erfinders hier aber ich wollte ein bisschen den nachwuchs fördern und naja okay jetzt habe ich mal wieder eine folge mit dem alex gemacht weil das so passt ich hatte ihn halt mitgenommen er hat ein dorf und ich habe gesagt pass mal auf komm mal hier bei uns rein dann kannst du hier deinen angriff machen und kannst vielleicht auch kurz mal ein bisschen clanspiele mitspielen erstmal ein bisschen mehr loot dass die ersten items und so vielleicht macht er ja weiter keine ahnung vielleicht macht er ja weiter mit dem dorf ich nehme das diesmal nicht ich habe genug ich nehme das diesmal nicht und das muss er selber regeln aber vielleicht hat er ja bock so zwischendurch immer mal ein bisschen zu clashen oder so keine ahnung ist sicherlich nicht schlecht mal die jungen leute ein bisschen zu bekehren ein wenig zu spielen aber ich switch jetzt eben mal den account und da mache ich mit dem frei in jedem fall mal meine nummer auch mal eigentlich anders als ich sonst mache ich meine ich mache es und so aber man kann so eine basis auch anders machen erkläre ich euch aber gleich rituale müssen eingehalten werden also erstmal kurzen schluck aus ich habe da noch was auf der fensterbank zu trinken gehabt also kleine stärkung hier vor dem nächsten angriff und ich habe den frei hier vorbereitet für den angriff ich habe ein gohawk am start also einige haben ja mal geschrieben kannst du ein bisschen was achter machen ich kann immer mal wieder ein bisschen was anderes machen oder halt auch traditional attacks also so ein ganz traditionellen angriff gohawk ist dann schon schon eine truppe die duo oder die man so relativ früh starten bzw machen kann und ich wollte mir eigentlich den hier rauspicken ich habe einen kleinen vorteil der hat nichts in der clanburg da solltet ihr immer vorher nachschauen manche haben hier was drin habt ihr eben alles gesehen da war was drin der hat nichts drin und wenn er nichts drin hat dann dank dann kann dann kann man diese bs irgendwie machen ja so will ich das mal sagen die kannst du irgendwie machen und deswegen gehe ich hier mit dem gohawk glaube ich rein wir gehen mal den king entgegen denn der tut uns am meisten weh also wir sind überall haben wir grüner haken da solltet ihr auch mal nachgucken ich natürlich auch und dann gehen wir hier rein ich habe ja nichts zu befürchten hier kommt keine klar buch raus da können wir sogar ein gift hätte ich fast gesagt auf den auf den king bringen hier außen nehmen wir schon mal die beiden bauhütten mit und dann lassen wir unseren wohl ich muss jetzt heute auch glaube ich kein macht annehmen kann auch sein dass es mal wieder ein klassischer super fail von mir wird wie die tage da habe ich ja auch schon mal schön gefällt hier auf so eine base und so da hat er mir vergattet geschossen dann nehmen wir mal unsere mauerbrecher hier rein wir nehmen die bowler hier mit da haben wir jetzt noch die beiden lager die mauerbrecher gehen sogar ganz gut durch hier klinge schon mal weg das ist das eigentlich schon die halbe miete weil wie gesagt es kommt ja keine clan buch raus die anderen truppen kann ich jetzt erst mal ganz locker laufen lassen vor allen dingen den golem hier der schön tankt aber wir gehen hier mal hier unten rein bei den bolern denn die die beiden die sind da schon weg okay die waren da schon weg jetzt die magiertürme wunderbar das nicht schlecht und ich gucke mal okuma da gibt es da gibt es jetzt so ein paar ein paar o detail sich da das ist dusselig aber da sind jetzt wieder zusammen da sind sie jetzt da dann nehmen wir da jetzt mal den gift zauber für die kleinen skelette die könnten ja denn doch nerven hier außen können wir noch mal ein paar hocks dazu setzen ich hatte jetzt noch nicht alle genommen clean up nicht vergessen toto nein vergisst der toto nicht ich habe noch einen halbzauber den nehmen wir hier am baum tour und ja dann sind das hier es ist das sind einfache drei sterne also ihr habt das jetzt gesehen das waren auch keine keine maxtrocks oder sowas oder max bowler hier in der clanburg das geht dann auch mal so es gibt ja klar sie haben halt die müssen genauso kämpfen die können sich nicht jedes mal hier irgendwie so maxdorf holen oder so und deswegen finde ich dass ich persönlich finde das auch nicht schlimm ich kann ich könnte immer mein 13er rein holen und mir immer fette truppen geben vor allen dingen im ck das mache ich aber ganz bewusst nicht denn das ist manchmal nicht das ist manchmal nicht notwendig und wenn es wenn das jetzt ein nuller gewesen wäre oder ein einsterner naja wo kehrs ist halt aber ist halt nur ein klarkrieg hier nebenher und ich traine die ja immer so ein bisschen nach gucke jetzt mal mit meinem zweiten angefassung machen müssen aber ich muss auch noch zwei neuner hier machen mit ich bin hier noch mit dem toto und mit dem chef koch dabei ist relativ hoch auf 14 ich glaube da muss ich schon 10er machen oder an die das nur neuner okay da muss ich dann irgendwann später mal neuner machen die mache ich sicherlich auch aber die bases sind doch jetzt nicht so wirklich über das müsste eigentlich drin sein von von der stelle naja ich wollte auf jeden fall so ein bisschen mit dem nachwuchs hier clashen und wir sind hier in den clanspielen glaube ich schon durch ja wir haben die schon alle ich mache jetzt mit meinen accounts oh der fry hat schon richtig weggucken clanspielpunkte gemacht hier scheint das erste einloggen seit tagen zu sein mal wieder ich gucke ich gucke immer hier je mehr da raus kommen obwohl ich war schon mal hier drin jetzt habe ich da nicht mal wenigstens mal ein clanspiel gemacht naja okay das holen wir dann mal nach aber der nachwuchs kommt hier ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen wollte ich heute mal machen weil es ganz gut passt auch mit dem alex dann kommt er auch mal wieder so ein bisschen zum clashen oder halt in die szene mal gucken mit seinem kleinen dorf hier wir haben auch extra für ihn noch aus dem internet von irgendeinem youtube video ein verlinktes dorf hier gebaut das heißt also er hat auch ein richtiges dorf das geht ja heutzutage relativ schnell das haben uns kurz angeguckt ja das könnte passen er hat eine ck base auch wenn sie nicht nicht so gut erscheint aber es ist besser das also was er als heimatdorf hat denn das das steht dann daher zu anfang und sein heimatdorf sieht auch nicht so schick aus aber er hat ja jetzt gesehen wie es geht wie man wie man das machen kann der alex die muss ich jetzt auch wieder sagen nachbauen sonst macht er das nicht und wundert sich beim nächsten mal clash of clans ich habe gar keine truppen naja egal aber mal sehen auf dem schief alex kann auch ein großer alex 360 werden alles klar ich würde sagen wir sehen uns in dieser woche noch habt einen cool wochenstart auf montag habe jetzt sonntag nicht gestreamt denn es gab ja ein bisschen auslosung und andere sachen zu gucken ist dann manchmal halt so habe habe ich aber am samstag glaube ich auch gesagt habe dass ich nicht dass ich sonntags immer ganz spontan entscheidet wann ich eigentlich in stream komme oder ob ich überhaupt streamer und ich muss aber selber so ein bisschen angreifen bisschen was anderes machen und deswegen war ich halt am sonntag nicht da aber ich bin am mittwoch da ich bin am donnerstag da ich bin am freitag samstag da diese woche wird also auch donnerstags gestreamt da lasse ich mal überraschen hcwl nämlich hcwl hcwl auslosen ist ist jetzt gerade beim noobs sondern global community gegen die gml 51 klankrieg damit will man so ein bisschen die partnerschaft besiedeln aber komme ich ihnen laufen der nächsten tage noch zu ich würde sagen bis dahin